Mal schauen, was ich gezogen habe. Poren, da. Der ist ja wirklich kacke. Der kommt überall vor. Smogmon, mein Wurstmann. Die kann mich nicht verkehren, das kann... Ah, hier ist der Kacke. Nebulak, Spiralenergie. Oh, da ist schon was gesessen. Nebulak, Spiralenergie. Das ist von Traslag. Hörl, hier. Den habe ich im letzten Buch. Hüttel des Tühler bei uns. Also, ich habe Energie. Agate. Und einfach Kapu-Keime. Hier. Wie könnte ich diesen einen... Schon stark. Hallo. Kamera. Kamera, hat sie den... Ich habe keine Kamera. Keine Bock hat. Kapu-Kai. Kapu-Kai. Oder wie auch egal. Agate in diesem Back. Und in meinem vorherigen... ... habe ich zwei... Zwei auch gute. Zwei... Zinnig, oder? Wie, hä? Warte. 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 Jetzt denke ich dumm. Was? Ich finde halt da... Das waren meine letzte Karten. Aber ich habe sie halt... Zeig, nicht? Achso, das war... Äh? Was sind die? Wer hat die denn die letzte Karten? Außer die beide? Ich denke, die waren doch hier. So. Ah, oder? Was kannst du... Ja. Da habe ich einfach... Einmal... Weit schon. Ja, von das bis das... Bin ich gerade eben schon hoch. Oh. Tedrosa. Schwach. Mit 20 Schaden. Und dann kommt... Polteros. Mit 180. Oh mein Gott. Das Tablet ist halt auch alt. Okay. Okay. Meine zwei Karten. Zwei da. Zwei da. Inherster. Peck. Booster. Okay. Ich liebe sie mal... Die Folie rein. Man muss mit Jürza rein tun. Wartet. Mit Jürza. Meine Folie drin. Das macht Polteros. Was ist denn da drin? Ich habe hier die Harte drin. Ich habe hier die Harte drin. Die Harte drin. Das ist schwer. Wenn man so ein Video macht. Jetzt kapo-keiiiim. Keine Ahnung. Wieso eher so heiß, aber egal. Das sind jetzt meine Karten, die ich entzweige. Die sind ja mit 120 Schaden und 30. Also... 180 Schaden. Ja. Die Kameras halten. Ja, auf dieser Stelle hätte ich gerne dieses Video beendet. Dann tschau.